Also bereit? Wir haben uns ein Ries für dich ausgedacht. Die Bates über den Wolken. Also wir treffen vielleicht nicht jeden Ton, aber das muss wir haben schon. Das dauert wirklich zu genassen. Okay, eins, zwei, drei, vier. 30 Jahre sind vorbei, immer noch steht sie in Blüte. Ich schau sie an und denk mir, keine Falte, meine Güte. Mann, wie macht sie das denn bloß? Immer jung und frisch und rosig. Die Lübe, das habe ich gehört. Sie malet täglich in Milch und Honig. Unsere Kerstin. Wow, wow, wow. Wer sagt, weiß ich nicht, wie kann das denn sein? Das ist doch nicht das Ende, glaub mir. Jetzt hängt es erst an, jetzt feiern wir. Aber jeder Hausfrau hat zu einem Kind. Wir wünschen dir dann, dass es gelingt. Liebe Kerstin, sage uns, vermisst du uns keinen Tag. Selbst den Kühlschrank teilten wir. In Riesa war das schön mit dir. Doch dann muss es nie auch fort. Wer bringt den Kesseln an den Wein? Wir wünschen dir dann, dass es gelingt. Wir wünschen dir dann, dass es gelingt. Das ist doch nicht das Ende, glaub mir. Jetzt sind wir zusammen, jetzt feiern wir. Bei jedem Ausbau dazu ein Kind, wir wünschen dir, dass es gelingt.